Da unten ist noch einer. Hallo? Hi, wie geht's? Hi. Provoziert eine Schlägerei in der Schenke. Ja, das machen wir wahrscheinlich mal später, oder? Und hier ... Ach, darum Plumpsklo unter Wasser. Cool. Habe ich jetzt einen Helm? Habe ich jetzt einen Helm? Ja. Ich dachte, ich hätte einen Helm bekommen. Hä? Ah, okay. Na dann ... Juhu, dann gehen wir mal unter Wasser. Oh. Gibt's also noch nicht ... Schatzjäger. So. Ersatzteil. Ersatzteil. Zehn Teile, ne? War das? Ja. Da ist ein Fisch. Ersatzteil. Wo ist das Plumpsklo? Hier war doch gerade das Plumpsklo unter Wasser. Ich dachte, das ist das Ding. Ach, da unten. Ja, ja. Ja, ja. Bleiben Sie locker. Cool. Brecheisen und versuch die Tür des Plumpsklos unter Wasser aufzubrechen. Okay. Wo ist das Brecheisen? Ach so, die haben das Brecheisen. Jetzt ... Ja, da haben wir's schon. Ich würde aber sagen, wir nehmen gleich mal die anderen Teile auch noch mit. Eins noch. Dann gehen wir ins Plumpsklo. Das ist ja hier, Sauerstoff So Wie kriege ich das jetzt hier? Bam Da ist noch einer drin Okay, dann Gehen wir mal hoch hier So, jetzt haben wir unsere Sachen zusammen Geben wir, glaube ich, einmal die Quest ab Und dann können wir immer noch die Prügel, die Schlägerei hier anzetteln So, bitteschön Nehmen wir die Brust einmal mit So Kriege ich jetzt mein Mein Schiff oder wie sieht das aus hier? Ist das hier die Kneipe? Nö Ach ne, die Kneipe ist unten, ne? Ja Die Kneipe ist ja unten So, und wie zettel ich ne Kneipenschlägerei an? Geht zur Turbodamtschenkel, bestellt eine Flasche Grott und haut einem der Goblins damit auf den Kopf Okay Grog Ich hätte gerne Grog Was habt ihr zu trinken? Eine Flasche Grog So Bam Genau Lass es sich mal gegenseitig wämsen hier So Schlägerei Jawohl Kriege ich jetzt meine Sachen? Ich möchte hier runter Ich möchte bitte hier runter Hallo Hallo Jutta Ähm Ne, hier bin ich falsch Ich muss noch höher Genau Falsche Seite Mei Güte, ist ja Hier verläufst du dich ja dran So, hier muss ich rein Guten Tag Willkommen Schrottschrauben Ein Rennboot Du benutzt die Frostkanone Um 15 Feuer zu löschen Ich wünsche euch einen schönen Tag Ähm Okay Nee Nee Hier nicht Ein Rennboot Ähm Hier von dem? Ja Kommt da So Ach du lieber Gott Äh, noch ewig dran hier Wenn man jetzt noch treffen würde, ne Aha So Irgendwie stießt der Knaller dran vorbei Ich versuche glaube ich einfach zu genau zu treffen Das kann er natürlich nicht Gehe Nicht So Du brennst noch Da brennt es gerade nicht Jetzt muss ich hier doch wirklich ernsthaft noch warten So 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 Können wir jetzt mal irgendwas hier löschen? Stop the nut Äh, nicht zu nah rangehen So sieht das aus, als würden wir unter Wasser wären So Irgendwie So Irgendwie Hallo Feuer Aber kann ja nicht sein, dass ich so schiele, oder? Das ist ja nicht wahr Wo ist denn das Feuer, wenn ich das nicht treffe hier? Ich muss ja ehrlich sagen, das kannst du auf die Entfernung echt schlecht sehen, oder? Manchmal Ich hab ihn doch auf dem Haufen Oh So Jetzt sind wir bei 10 So 11 10 10 11 Äh Nee Immer noch 11 Ja, weiß nicht Irgendwie muss ich hier wohl schielen 13 14 14 14 Och Mensch Also Irgendwie scheine ich hier 15 Oh Gott, Alter Versenkt 15 Ruderboote der Südmeer-Freibeuter Okay Was sind denn hier Die Boote der Südmeer-Frei Das sind ja unsere, ne, oder? Ich bin außer Reichweite Was ist die Klein hier? Ah Bam Ach Gott Da 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 Na Komm Bam Und noch einer Komm Nee Also Da 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 Das 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 So Ich bin fertig Ich möchte aussteigen Oh Ich kann fliegen Juhu Wo fliege ich denn bitte hin So Ja Muss ich glaube ich wieder einmal hoch Ist ja immer noch nicht vorbei hier Äh Zack So Zerstört Acht Stützpunktkanonen So So Ich würde sagen Wir machen mal ganz kurz Pause So Da bin ich wieder Ah Wo müssen wir jetzt lang Einmal hier hoch Oh Hier sind noch so einige Quests Äh Spalt To Fahnenhöhen In tausend Nadeln Okay Wenn ich wüsste Wie ich da hinkomme Und Wahrscheinlich fliege ich mit der Flugmeister dahin Tanaris Ja ich weiß Uh Schatten war tot Haben wir gekriegt Ja Ich muss die Leiste nochmal richtig soktieren Ach guck mal Hier unten sind noch zwei Quests Schönen guten Tag Wo ist Whistle Sehr gut Okay 15 Piraten töten Okay An Langnase Versuchen aus In tausend Nadeln Müssen wir mal ganz kurz gucken Wo müssen wir hin An den Rand Und wie komme ich da hin Ach ich habe ein Schiff Da Kann nur in tausend Nadeln benutzt werden Jetzt habe ich mein eigenes Schiff Aha Cool Ach Quark Also manchmal Ne Alter Nein Ich will hier hoch Mann So Du Mein Schiff So wo sollte ich denn jetzt hin Ich glaube erstmal andere Seite Pukka 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 Puk Da muss ich hin. Ja, wo ist denn er? Mit Dr. Herr. Kann ich dich so anquatschen? Kann ich so durch dich durchfahren? Weiter geht's nicht. Hallo. Eiscreme Langnase? Ah, guck mal. Bei dem gibt's Eis. Bitteschön. Erhaltet acht Löffel Selitin-Glibber. Alle wollen Eis kriegen. Haken des Abschlips. An zehn toten Angestellten. Okay. Sind die oberhalb oder sind die unterhalb? Die sind unterhalb. Jetzt muss ich auch noch tauchen gehen. Na gut, ich würde aber sagen, bevor wir jetzt tauchen gehen, machen wir nochmal Richtigkeit und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Ich danke euch. Bye. Bye. Vielen Dank.